Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships mit dem Tier 10 Kreuzer Mino Tower. Und in dem Fall der Matze337 hat mir hier das Replay zukommen lassen. Vielen lieben Dank, mein Lieber, dafür, dass du es geschickt hast. Alle anderen, die das ebenfalls machen wollen, unten in der Videobeschreibung, da findet ihr, wo und wie das Ganze zu funktionieren hat. Jetzt schauen wir aber mal, was er da mit dem Schiff imstande ist zu leisten. So, wir spulen mal, bis auch wirklich was passiert. Da vorne gehen jetzt die ersten Gegner auf, aber noch schießt er nicht, weil er ist ja erst sehr spät zu sehen und schießt jetzt, nachdem er da hier seine Nebelwand legt. Aber er hat jetzt erstmal keinen Blick, muss warten, bis die Kagero da jetzt aufgeht. Jetzt hat die Kagero da aufgedeckt, das Flugzeug hat er auch abgeschossen, das heißt, die Kagero hat auch wieder Ruhe. Ganz wichtig, und die Mino Tower hat ja nur AP, aber einen AP-Regen, würde ich es mal fast nennen. Eine geile Soundkulisse, anders kann man es nicht sagen. So, leider hat jetzt die Kagero ebenfalls genebelt, deswegen hier kein Blick mehr. Hydro-Kussische Suche hat er aktiv. Kagero wurde jetzt leider zerstört vom Kurfürst, oder von der Kurfürst, wobei ich den Namen immer noch dämlich finde eigentlich, aber egal, sei es drum. So, jetzt nimmt er mal ein paar Torpedos daher. Hat die auch so verteilt, dass die so ein bisschen versetzt ankommen. Und jetzt muss er aufpassen, nach vorne kommen ebenfalls Torpedos. Gut, dass er hier die frühzeitig sehen kann. Dementsprechend kann er jetzt noch was machen und auch von der Seite kommen welche. Also jetzt ist es hier schnell weg. Gut, dass er da die sieht, weil sonst wäre es jetzt ganz schnell erledigt gewesen für ihn. Weil, sagen wir mal, wenn wir noch 10 Sekunden länger stehen, dann wäre er nämlich sofort zerstört gewesen. Und die Runde wäre schon beendet. Also, guter Einsatz der Suche. Und da haben drei Torpedos gesessen. Also, die hat er ordentlich platziert. Allerdings muss er aufpassen, weil er wird hier auch gut getroffen. Aber, da haben wir gesehen, die gegnerische Minotau, glaube ich, war das, die er da getroffen hat. War nur ganz kurz zu sehen, durch den Rauch, dann auch schon direkt wieder weg. So, jetzt nimmt er auch noch die Steuerbordtorpedos her, um auch die nochmal der Richtung Gegner zu schicken. So, jetzt kommt er auch noch die Steuerbord. Er ist hier weiterhin offen. Wir sehen, das ist natürlich jetzt die Gegnerische Minotauer, hat ihn jetzt hier am Kicker. Ich glaube, man kann sagen, nochmal direkt den nächsten Rauch da zünden. Und jetzt trifft aber auch noch ein Torpedo. Oh, der hat ein Glück, dass der Torpedo vorher ausläuft. Aber da musste er unbedingt hier den Nebel zünden, weil das hätte nicht mehr lange für ihn gut gehen können. Er ist hier auch verhältnismäßig alleine gerade. Die Kurfürst hat hier aber massig Probleme gerade gegen ihn. Und auch wenn es immer nur so wenig Damage ist, aber das ist halt so schnell, so viele kleine Nadelstiche, die halt wirklich am Ende des Tages sehr wehtun, auch für so ein Schlachtschiff. Yugomo hat auch mal hier kurz mal reingeguckt. Und da kommt die Zau. Der Rauch hält noch eine Minute, also hat er noch genug Zeit zum Schabernack machen. Er schießt sich jetzt hier gut auf die Zau ein. Achtet oben mal auf den Damage-Counter, wie der nach oben tickt. Also auch wenn man denkt immer so, ja, tausend Schaden und so, ist ja gar nichts. Aber so schnell wie der hier schießt, da kommt halt doch was am Ende des Tages rum. Jetzt ist er aus dem Rauch rausgefahren, korrigiert er jetzt ein wenig nach. Und gleich aber hat er die Zau da auch erledigt. Ja, und da war es das schon. Tschüss, Zau. Und da jetzt die Gegner-Schabine-Tower, die ihn ja selber schon auf den Kickerfeuer genommen hat. So, die Kurfürst, die ist gleich durch. Die ist da zu weit vorgefahren. Aber sehr schön, Kurfürst hat der Damage-Counter noch ordentlich rausgenommen. Sozusagen auf der letzten Rille war es da noch möglich für die Kurfürst. Ja, die Kurfürst, die Gegner ist jetzt aber noch weit weg. Weit entfernt. Sozusagen auf der letzten Rille war es da. Das erste Mal in der Runde wird es wieder ein bisschen ruhiger. Aber kaum sage ich es, kriegt er sofort schon die nächsten Granaten rein. Und dann? Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Leider nicht, denn da wurde der scheinbar direkt repariert. Aber er kann sich jetzt hier wenigstens ein bisschen um den C-Cap kümmern. Da steht er jetzt drin und hat hier erstmal Ruhe. Da muss er aufpassen. Kurfürst sehr, sehr nah und so wahrscheinlich von der Bewegung hier wird die auch eher hier runterkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da nach oben abbiegt. Und dementsprechend wird es jetzt hier gleich, denke ich mal, richtig zur Sache gehen. Jetzt ist er da auch offen. Ja, und ich glaube, das spart er sich da jetzt rumzuschauen. Denn da hätte er nicht viel Chancen im Klaus Komet, außer vielleicht mit seinen Torpedos da ein bisschen was zu machen. Aber er ist meines Erachtens gut bedient, wenn er jetzt nicht das One-on-One sucht. So, das Flugzeug ist jetzt erstmal passé. Wenigstens etwas. Und jetzt kann er sich vielleicht so positionieren, dass er rankommt, entweder an der Insel mit den Torpedos. Muss aber aufpassen, das ist jetzt schon sehr risikoreich. Man sieht auch, Kurfürst vollkommen auf ihn eingeaimt. Und da hat er noch, in Anführungszeichen, Glück, dass er nur ein paar Tausend Damage bekommt. Und er sucht jetzt sein Glück da auch noch ein bisschen. Ah, der war ein schöner Treffer, da hat er jetzt nochmal gut was landen können. So, und jetzt scheint er wirklich aggressiv auf ihn drauf fahren zu wollen. Nimmt wahrscheinlich sein Heft und Glück, alles was er irgendwo dabei hat, in die Hand. Und probiert er jetzt hier mit Torpedos auf 3,2 Kilometer. Wahnsinn, das ist ein knappes Ding. 3 Kilometer, also das ist wirklich mutig, muss ich sagen. So, natürlich, weil es die Kurfürst auch, dass er da mit Torpedos überrascht werden könnte. Ganz knapp ausgelöst. Ein Torpedo ging da. So, und jetzt nimmt er da die drei Einzelnen. Hat jetzt hier sich geheilt. Könnte meines Erachtens... Ja, ist jetzt schwierig. Ob er jetzt nebeln sollte oder nicht. Auf jeden Fall ist das sehr mutig. Da kommen jetzt die Torpedos an, die braucht er jetzt auch schnellstmöglich. Und da treffen drei Stück, vier Stück und weg ist da die Kurfürst. Muss man auch sagen, von der Kurfürst auch ein bisschen sehr naiv da so das zu suchen auf die Distanz. Ich hätte ihn da nicht so rumkommen lassen und wäre da selber nicht so rumgefahren. Aber, scheißegal, am Ende zählt nur der Kill und den hat er sich aber sowas von sicher geholt und auch verdient gehabt. Die Don Skoy da hinten nur noch 400 Hitpoints, also das ist ja fast gar nichts mehr. Und hier kommen gegnerische Torpedos, aber die hat er früh genug gesehen und ja, deswegen kann er hier auch noch ausweichen. Aber eine Sekunde später und er hätte die Bewegung nicht mehr hinbekommen. Also, das war ein bisschen glücklich. Aber nur ein ganz kleines bisschen natürlich. Also, das war ein bisschen glücklich. Das Gefecht selber ist eigentlich noch verhältnismäßig knapp, muss man sagen. Vier Gegner, äh, vier eigene Schiffe gegen drei Gegnerschiffe. Sie haben einen Eigencap mehr, das ist natürlich deren Vorteil. Also, der Gegner muss hier dementsprechend attackieren, wenn er nicht verlieren will. Da hat er einen ordentlichen Hits bekommen. Da rumpelt es dann auch dementsprechend und die Gehörfunktion lässt sozusagen nach. Dann einiges nochmal an Granaten losgelassen. Er muss natürlich aufpassen, weil sein Schiff einfach nicht allzu viel verträgt. Und drei gegen drei ist keine ganz angenehme Situation im Gefecht. Heilen kann er sich nicht mehr. Ein Rauch, einmal die Hydro-Kussische Suche. Das ist das, was er noch an Möglichkeiten hier hat. Er schreibt jetzt auch, dass die Iowa safe bleiben soll. Also nicht zu viel riskieren. Jetzt sagt er auch, ich bringe Hydro und Rauch an den Start. Hardcore Muffin liest es auch und bedankt sich dementsprechend. Weil natürlich der Gegner immer noch mit der Gearing einen Nervzerstörer hat, den man nicht unbedingt braucht. Aber sie brauchen halt nur noch 100 Tickets. Dann haben sie halt die Runde geschafft. Und jetzt sehen wir auch, die sind schon offen. Die Gearing ist da dementsprechend am Start mit Torpedos und Spotting. Schön gemacht, schön umfahren. Nicht mal da gerammt. Und jetzt geht der Rauch an. Und jetzt können sie loslegen. Hat er sehr schön, sehr teamdienendlich gespielt. Und hier auch nochmal die nächsten Torpedos, die er hier spottet. Da muss er jetzt nochmal ein bisschen beschleunigen. Und auf Backbord steuern, genau so. Die Runde ist so gut wie zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst einen Daumen da. Oder kommentiert auch das Video sehr gern, wie eure Meinung auch zu dem Schiff ganz besonders ist. Denn als es released worden ist und die Briten nur mit AP gekommen sind, gab es große Diskussionen. Daran will ich nochmal erinnern. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Euer Alcaramba.